Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Hühnerbrüste mit Balsamico-Soße und gegrilltem Gemüse. Bis auf die Balsamico-Sahne-Soße ist dieses leckere Gericht, Hühnerbrüste mit Balsamico-Soße und gegrilltem Gemüse, ideal zum Abspecken nach der kalorienreichen Weihnachtszeit. Das leckere gegrillte Gemüse eignet sich auch sehr gut als Antipasto, das man warm oder auch kalt genießen kann. Für zwei Personen werden folgende Zutaten benötigt. Geflügelfleisch Zwei Hühnerbrustfilets Güte Klasse A 100 ml Balsamessig 200 ml Schlagsahne Schalotten 1 Esslöffel braunen Zucker Zweig frischer Rosmarin Eine Handvoll Salbeiblätter Frisch gemahlener, weißer oder schwarzer Pfeffer Meersalz oder grobes Salz aus der Mühle Das gegrillte Gemüse Zucchini Fenchelknolle Paprika BD Frühlingszwiebeln Folgende Utensilien werden benötigt. Topf Pfanne Backblech Zubereitung Balsamico-Reduktion Den Balsamico zusammen mit einem Esslöffel braunem Zucker in einem Topf erhitzen und bei relativ hoher Temperatur einkochen lassen, bis man eine sirupartige Soße erhält. Am besten dabei ein Fenster öffnen und den Dunstabzug auf volle Pulle stellen, bei dem Vorgang entstehen beißende Essigdämpfe. Beilage Frisches Gemüse wie Fenchel, Auberginen, Zucchini, Paprika in dünne Streifen schneiden, in etwas Olivenöl marinieren, pfeffern und salzen. Lecker sind hier auch kleine, längshalbierte Frühlingszwiebeln, bei denen man die Wurzeln und das schlaffe Grün entfernt. Die Gemüsestückchen auf einem leicht mit Olivenöl gefetteten Backblech verteilen, möglichst ohne zu schichten. Dann ca. 15 Minuten bei 225 Grad mit Grillfunktion in den Ofen schieben. Möglichst das Gemüse wenden, sobald es auf der Oberfläche schön angerüstet ist. Das gegrillte Gemüse schmeckt sowohl warmfrisch aus dem Ofen, als auch abgekühlt. Hühnerbrüste Die Hühnerbrüste abspülen und trocken tupfen. Diese von beiden Seiten pfeffern und salzen. Die feingewürfelten Schalotten werden jetzt am besten in einer unbeschichteten Pfanne mit etwas Öl angedünstet, bis sie glasig sind. Die Kräuter am Zweig und die Filets dazugeben und von beiden Seiten ordentlich anbraten, sodass sie schön Farbe annehmen. Die Sahne und die Balsamico-Reduktion zu den Filets in die Pfanne geben und weitere 10 bis 15 Minuten bei schwacher Hitze köcheln lassen. Vor dem Servieren die Kräuter aus der Soße entfernen. Als Beilagen eignen sich Diverse Pastasorten Barget, Ciabatta, Pide, Bauernbrot auf Sauerteigbasis, Weißbrot oder Toastbrot. Gedämpfter Reis Trockener Weißwein oder Mineralwasser. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!